Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Ja? Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Ich will auch bezahlen. Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu gucken. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie auf dem Stubenwagen auf dem Boden stehen hat? Ja, an dem wir als Baby gelegen haben. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Freust du dich den Laden? Kann nicht der Vater sein. Ich hab meinen Unfall jetzt nicht mehr. Aber manchmal gibt's Anlässe. Und was ist mit meinen Eltern? Die warten auf uns am Sonntag. Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh, ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mehr Feierabend? Ah, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Sag gerade der Richtige. Wie du dich manchmal von deinen Kunden schikanieren lässt, ist euch peinlich. Seine Reichsmittel. Ja, ich sollte doch mal machen möchten. Ach onnengereich.